Hier ist alles clean, der Gang. Ich markier die. Was ist das? Ich bin die ganze Zeit am Markieren. Kriegen wir nochmal. Alex, ich sag, wenn einer von da kommt. Da sind alle drei auf Anhohm. Oh fuck, jetzt ist einer rausgeklettert und hat mich gekillt. Ja, da rüber. Ich hab noch 21 HP. Au. Die Vector. Die letzte ist wo? Ich hab ihn nicht gesehen. Hinter mehreren Schildern ist der irgendwie. Einer Druck hat Gegner eliminiert. Shit. Nein, 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 nein. Der hat von oben geguckt aus. Ja, ich weiß aber, dass das Ding... Fuck. Alle sterben. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ihr Fotzen. Warum rusht ihr, wenn das so eng ist? Selbst ich hab nicht gerusht. Ich wurde von Jackal gespottet. Ahhhh. Guck mal. Der Jackal ist die Kaffe. Ahhhh. Er spottet sich jetzt gleich noch... Ne, er ist tot. Alter! Was läuft? Die Gegner haben die Geisel gesichert. Offen! It's too late! Gut. Einer Druck eliminiert. Gleich geht es nicht ganz. Ist der tot, Ricardo? Bei den Toiletten? No! Du Idiot! Ich hab dir die ganze Zeit gesagt. Du hast mich gemessert. Ich muss nachladen. Er hat sich verpisst und... Ein Gegner verbleibt. Ah, er ist bei der Geisel. Er ist bei der Geisel. Nein! Alter, der macht die so weg. Er ist hinter der Geisel bei so einem Schild. Boah, Alex, man. Entschuldigung. Ja. Vier, vier. Ich hab elf Kills. Ja, du carryst sonst. Wir verlieren trotzdem. Das können die doch von hier gar nicht sehen. Doch, du weißt nicht, wo ich meine. Keyblades Punkte gehen immer höher. What the fuck? Guck mal! Was machst du denn? Der Drohne hat sich verpackt und geht die ganze Zeit in meinen Störsonder rein und raus. Was? Keyblade, deine Punkte, Alter. Du hast gleich 10.000 Punkte, Mann. Oh, das ist schön. Mit null Kills. Mit null Kills erster, Alter. Gehen weiter nach unten, denn du siehst du. Scheiße. Gesehen. Ich bin tot. Egal, nimm Kontaktgranate. Mach Headshot kaputt. Geh rein, Dennis. Geh rein, Dennis. Geh rein, Dennis. Geh rein. Oh, mein Gott. Das ist doch mess. Ja! Nice! Oh, mein Gott. Ich hab euch alle geklischt, Alter. Ich hab zwei nacheinander gekillt, irgendwie. Wie hab ich das gemacht? Waren die hintereinander, oder was? Guck mal Keyblades Punkte, schnell! Ich hab Zwift-Bert-1. 9000, Alter! Geh rein! Get rekt! The fuck? Er ist voll VIP. 14.000 Punkte, Alter. Ich wollte da hinlassen. Du kannst ja durchgucken. Guck mal. Wenn jetzt einer reingeht, voll geil. Weißt du, was ich mache? Ich mach da ein C4, und wenn einer reinjumpt, lass ich's zünden. Heftig, ne? Guck! Haha! Mit Ankündigung! Ach so, oh mein Gott! Oh! Sorry, du, sorry! Ah, sorry, me. Scheiße, ich hätte voll den Geschmiding-Händer machen können. Ja! Ungefähr so. What the fuck, hilf mir! Bug hat noch Hälfte Leben. Sie ist down, sie ist down, sie ist down! Aber wenn sie ist down, sie ist down! Ja, ich geb ihm grad ne Spitze. Sie ist down! Ja! You can go and fuck her! How did you down her? Killed her! Sie ist da drin down, wenn du killst sie einfach! Oder so, oder so. Oder so, ja, dann hab ich nochmal... Oder so, ja, Alex, ja. Musst du mich auch mal lassen, ne? Wenn ich grade... Ich hab da quasi halber ne Claimer platziert, ne? Siehst du? Du bist frisky, Alter! Ja! I know what I'm doing! Das war nicht getroffen, aber... Ah! Twitch Drohne, die killt dich, Alter! 20 HP! Dumpel, diese Drohne! Wander, die Wander! Ah! Links, links! Die Drohne, pass auf! Wenn die Drohne ihn killt, ne? Dann muss ich so heftig lassen. Noch 10 HP! Dumpel, die Drohne! Was? Hilfe! Versuch mich zu snipen, Alter! Dumpel, nenn dich doch einfach wieder P! Hey! Was musst du sagen, Alter? Ich sterbe jetzt! Ich werd verhört, Alex, wenn du nicht kommst! Alex, sie wird mich verhört! Sie verhört mich! Sie verhört mich! Oh, danke, Mann! Kill dir sofort, Marvin! Kill dir sofort! Ich pass von hinten auf! Ich pass jetzt komplett von hinten auf! Hab den! Was hat mich getroffen? Ich weiß nicht was! Ich seh das! Der hat ihn markiert! Der hat ihn markiert! Genau da auf dem Pinkelstein! Ich hab einen gedowned! Durch die Wand! Ich weiß nicht wo! Beide sind down! Ihr könnt den nehmen! Ihr könnt den nehmen dann! Ich wurde abgeballert! Geisel gesichert! Evakuierung 1! Spring nicht raus! Du stirbst dann! Sind alle down oder was? Kann doch nicht sein wo es jetzt muss! Ja, alle down! Au! Oh my God! Der ist nicht down! Keyblade, Mann! Was machst du so richtig? Wie wärst du da rausgezogen? Ich! Wie das aussah! Guck mal jetzt, wenn man das sieht! Silbern, glaub ich nicht! Doch, da! Ah, ist clean! Ah, hier ist er! Links, Keyblade, links! Links, Keyblade! Oh, das war richtig schlecht! Ich hab seinen Kopf! Keychain! Keychain! 1 Keychain! 2 HP hat er! Du musst rennen! Dann schaffst du es nicht mehr! Oben! Oben! Mave, du musst hinrennen! Dann schaffst du es nicht mehr! Das ist locker Smoke jetzt! Das schaff ich nicht, Alex! Oh my God! Ja! Ich hab runtergefallen, du Idiot! Ja, ich schaff's nicht! Du hättest das noch schaffen können! Junge, auf einmal stand er vor mich! Bin froh, dass ich ihn auch noch gekillt hab! Ja, holen können dann runterspringen wieder! So, wo du runtergefallen musst! Hätte, hätte! Ja, er kann jetzt da rausrennen, weil dieser Marabu da... Marvin ist aber da! Marvin ist da! Wo ist denn der? Ihr müsst mir das sagen! B, B, B ist noch einer drin! Er holt seine Echo-Drohne raus! Seine Echo-Drohne... Wo ist er denn? Ihr müsst mir das sagen! Da! Hast du ihn gekillt? Ich hab ihn nicht mal gesehen! Ich hab ihn nicht mal gesehen! Wie konntest du ihn killen dann? Ich weiß nicht! Einer ist nicht drin oder was? Ich hab nur 4 Pings gesehen! Das ist auch super! Ich hab einen Lucky Wallbang bekommen! Ey! Von wo, von wo, von wo? Ach, Frost war dahinter! Wo genau? Da, wo Dings das Loch reingemacht hat! Wo war der, Alter? Was? Was? Das fand ich gut! Die ist da und die ist da und die ist da und Da ist der andere! C4! C4! Alter! Ich sag, wenn sie aufheben, sie die aufheben! Frost-Matte! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Trump is back! Hat noch einen gekillt! Wie geht das denn? Ich bin voll die Matte gelaufen noch! Oh dummer, Mann! Trump is back! Ich fahr dahin, Domme! Ich fahr da hin, Domme! Ja, ich fahr da trotzdem hin! Er ist drin, Domme, er ist drin! Er ist gestunnt! Oh, gut! Oh shit! Trump is back! Ja, wenn ich ihn stunne, Alter! Junge, ich hab 6 Kills! Domme, ich pass weiter auf das Fenster auf mit der Echo Drohne! Ja, sie kommt, sie kommt, sie kommt! Warte! Ich stun sie erst, wenn sie drin ist und dann ballerst du drauf! Jetzt! Sie ist drin, sie ist gestunnt! Das ist so ne miese Taktik! Heftig, Mann! Den rush ich jetzt! Da ist er! Bug ist am Fenster! Guck mal, was macht der da? Nicht Keyblade! Letzt ist ganz low AP! Bug schlägt gegen das Fenster! Da! Nein, nein! Oh! Pass auf, lass Keyblade! Nicht, dass ihr euch gegen sein killt! RIP Keyblade! Oh! Oh shit! Dennis, machst du das? Ich hab A zu G! Soll ich? Ah fuck, du hast schon aufgemacht! Nein! Der hat mich so gekillt, Alter! What the fuck! Ich hab sie nicht gesehen! Ich hab zwei! Fuck! Fast drei! Der hat einmal nur geguckt und hat mich sofort weggekillt, Alter! Das irritiert immer beim Zucken irgendwie voll! Don't shoot dark! Fuck! Ich weiß warum! Sorry! No, Castle! Bitte! Was denn? Castle ist Ruby tot! Ich hab ihn so heftig geschockt, ne? Holy shit! Heftig! 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 Heftig!